Invest International. Haben Sie Geld dort investiert? Wollen Sie wissen, ob und wie Sie Ihr Geld zurückbekommen können? Dann schauen Sie sich diesen Film an. Hallo, ich bin Angegern bei Jochen Resch. Thema Invest International. Alles ist Betrug. Alles ist Lüge. Kein Cent von Ihrem Geld wurde investiert. Es gibt kein Unternehmen mit dem Namen Invest International, in das sie investiert haben. Alles ist Lüge. Was können Sie tun? Sie können dieses Fantasieprodukt bei der Polizei anzeigen. Ich fürchte, es wird Ihnen nicht wirklich helfen. Denn selbst wenn das ganze Ermittlungsverfahren aufgenommen wird, in der Stabarzeige dient der Bestrafung der Täter und grundsätzlich nicht zur Wiederbeschaffung des Geldes. Es wird Ihnen also nicht wirklich helfen, selbst wenn das Ziel erreicht wird. Wir verfolgen die Sprung des Geldes und sind damit recht erfolgreich. Wenn Sie wissen nun mal, wie das geht, Sie können mich gerne anrufen unter 030885 970 oder besser noch, Sie führen den Fragebogen aus, den Sie unten auf unserer Webseite sehen. Sie bekommen dann von uns eine kostenlose Einschätzung. Sie sagen Ihnen, ob wir den Fall überhaupt übernehmen können. Es muss hinreichende Erfolgsversichten geben. Wenn ja, ich drücke mal die Daumen für Sie, dann sagen wir Ihnen, was wir konkret machen und was es kosten würde. Und mit dieser kostenlosen Einschätzung haben Sie dann eine Grundlage, auf der Sie sich aufgrund von Fakten autonom entscheiden können, warum es für Sie der richtige Weg ist, dass Sie sich bei uns anschließen. Ich mache ein Sammelsverfahren, warum Sie sich dort anschließen.